Musik Ich werde dieses Jahr nicht mehr im Team Dupas gehen fahren. Wir sind neu ins Balmy Racing Team. Es ist so organisiert, dass vor allem meine Eltern dahinter stehen. Wir sind jetzt zu zweit. Wir werden die Saison im Balmy Racing Team bestehen. Das neue KTM Modell, KTM SMR 54. Der ist neu eingespritzt. Das ist ein wunderschönes Fahren mit dem Motorrad. Der ist viel feiner am Gas. Meine Hauptsponsoren sind Motorex, PSI, Freitag Motoraktiv von Draxelwald, KTM und viele andere Sponsoren. Vor allem unser 100er-Club. Das ist super, dass ich jedes Jahr zähle. Ich trainiere fünf bis sechs Mal in der Woche. Vor allem mit Martin Bichsel. FSB Racing. Und wir gehen schwimmen, Spinning, Joggen, eigentlich alles was es braucht. Und vor allem auch zu Hause, Krafttraining mit Eigengewicht und Handeln. Ernährung ist in jedem Sport eigentlich wichtig. Und ich schaue vor allem darauf, was ich viel trinken und viel Früchte essen. Der schönste Meistertitel war 2010. Das war ein super Ziel. Es war eigentlich spannend, die ganze Saison durch. Das wurde im letzten Rennen entschieden. Und als ich zurückkam ins Fahrradlager, bin ich mit Champagner überschüttet worden. Und das war ein super Gefühl. Ja, meine Ziele sind, die Kategorie Press ist Top 10 im Endklassement. Und in der Europameisterschaft werde ich zwei, drei Rennen fahren. Und dort werde ich auch Top 10 fahren. Das war's für heute.